Loil ist nicht, das ist Snapchat. Also jetzt der Opener sozusagen, immer Anfang der Stunde. Was geht ab? Take over, was geht. Wir werden das gleich machen, aber jetzt wie gesagt LP zu... Tschüss! Welche Richtung das ging, stand vor eineinhalb Jahren auch noch nicht fest. Wir werden da auf jeden Fall auch noch reinhören. Also jetzt kannst du's viel... Also man kann sich das schon kaufen, ist alles draußen. Und ihr habt ein neues Genre jetzt eingeleitet. Vorher war ja so ein bisschen so Cloud-Rap. Alle Cloud-Rapper sagen, na wir machen keinen Cloud-Rap. Wir machen jetzt... Auspacken oder so, wir bauen halt ein Beat, so wie er rauskommt, wie er sich gerade geil anfühlt und dann wird da drauf rumgeflext, wie du so gerne sagst. Ja, Tadel willst du flexen, komm rein hier. Flexe diesen Scheiß hier. Ey, GemmaFam, was du weißt! GemmaFam, was du weißt! Das ist ein Netzwagon, ey! Die Parts sind zu sick, meine Zunge drockt sich zu zersetzen. Du hast gar keine A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Das ist geil! Und wichtig ist aber, und du gehörst, also und du auch richtig, 3.96, GemmaFam-Musik. Yeah, yeah, yeah! Wir sind der Adam und wir chillen mit Domi! Für mich ist immer wichtig, wenn... GemmaFam! GemmaFam! Mach was cooles. Hier ist der Snapchat-Master. Mach was cooles. Nice. Jetzt kommt der Aufschluss. Moal ale! Arschloch! Ich sag gleich arschloch. Arschloch! Mach's checkmuch! Hört es euch an! Jetzt doch! Hört mal! Sitz mal! Sprecht mal! Kannst du nachher noch sagen, die ist noch nie auf Jan F.M. der Song. Okay, machen wir das. Und 17 Uhr ist die Jungs bei mir. Goliath. Goliath. Ihr habt den noch nie gehört, ey. Ja, den. Deadhead on the Jan F.M. Yeah. Angenehm zur Stelle. Wirklich? Ja, hab ich fast gar nicht gemerkt, wirklich. Krass, ich weiß nicht, wie ihr das überstanden habt. Also wirklich, Heulenschmerzen meines Lebens. Das ich mir gestern... Fingerrollen. Erst einsprechen oder erst... Okay, erst einsprechen. Okay, erst einsprechen. Erst einsprechen. Erst einsprechen. Steaken. Mutter, ich bin jetzt fertig im Radio. Ich fahr jetzt wieder nach Hause.